Ja, er möchte noch kurz die Technik zeigen. Oh, bin doch eingequetscht. Zeigen wir mal die Technik. Na? Zeig. Das hat niemand gesehen. Okay, ja, recht viel Redstone und ich stecke ihn ein bisschen fest. Ich kann euch leider nicht genau so viel zeigen, aber ja, weil ich nicht so gut mit Redstone auskenne. Ich bin nicht so ein Let's Play, der mir gerne mit Redstone macht, aber okay. Mhm. Ist recht viel. Okay. Tschüss, Leute. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Grubkräftserver. Ja, heute... Ähm... Bücherregale fertig machen, genau. Was machen wir heute noch? Ähm, Haus, ein Dach wollen wir ja noch. Okay. Gut. Hier haben wir ein bisschen Eisen. Hier haben wir Goldbahn. Hier haben wir Goldbahn. Ah, das ist die Käste. So. Und es fehlt Leder. Ja. Dann gehen wir ein paar Kühe schlachten und... Ja, gehen wir dann hier runter. Ja, gehen wir dann hier runter. Und jetzt irgendwo hier runter. Den Baum hier möchte ich gerne da noch wegmachen dann wieder. Also damit... Ja, okay. Ja, okay. Wir brauchen jetzt nicht so viel Holz. Ähm, sorry. Wollt ihr den Röb so unterbrechen? Ging leider nicht so gut. Ging leider nicht so gut. Aber, ja. So. Mehr brauchen wir gerade nicht. Dann gehen wir zu den Kühen und... Ähm, ja, wir werden sie eigentlich nicht schlachten. Also bis wir mehr haben. Hier leben wir so weit weg, dass wir auch mehr Tiere halten können. Wir werden da noch ein grösseres Gehege machen. So. Ich weiß jetzt nicht welche. Sollte eigentlich nicht so, ähm... So jetzt. Alle Tiere zusammen sein. Ja, wir werden hier grösser bauen. Vielleicht noch ein zweites Stockwerk. Jo. Müssen wir öfter schauen, dass wir da noch aus... Dass das Gras wächst. Jo. Sehr schoem LP. Das nehmen wir gleich hier oben. Ähm. Ah, die hätte ich unten tun sollen. Ich werde jetzt hier mal ein paar unten hin tun. Die meisten können hier bleiben. So. Okay, dann werden wir eigentlich direkt gehen. Ich habe so viel Hunger. Ich habe mein Charakter gerade so viel Hunger. So, hier irgendwie runterkommen. Ja, mit einem Schaden. Das ist jetzt nicht so schlimm. Gut. Dann. Ähm. Home Portal. Oder sollen wir... Slash Home. Meaning. Ähm. Was haben wir geschrieben? Kurz schauen. Slash Home. Ähm. Wo ist es? Ah, meinen. Ich hoffe, wir kommen gut hoch. Weil hier war noch niemand sonst. Das nehme ich gerade gut. Jo. So. Ja. Der ist fleißig gewesen. Der Novolem. Hat viele Schleimbälle geholt. So. Hier ist... Okay. Ähm. Ähm. Ja. Wie sollen wir jetzt zu Schluch... Nach oben kommen? Wir gehen jetzt mal hier entlang. Bitte nicht lecken. Spiel. Also. Ja. Wir kommen hier nicht hoch. Okay. Hier haben wir noch Gold. Eigentlich brauche ich ja Kühe und nicht Gold. Ich baue es jetzt gerade kurz ab. Den brauchen wir immer Eisen. So. Gut. Und jetzt hier nach oben. So. So. Hier ist der Zahn. Mein Vater sucht die Kürze. Aber die Kürze ist bei mir. Ah. Hier ist Lava. Geht es hier irgendwo nach oben? Nicht. Hm. Ja. Das ist schlecht hier gerade. Wir kommen irgendwie nicht nach oben. Ja. In den Gebirgen hat es meistens keine Höhlen. Also auf der Seite. Gehen wir mal hier rüber. Raus aus dem Gebirge. So. Hier hoch. Hier oben waren wir vielleicht noch nicht. Ja doch. Okay. Ähm. Johe. So. Ja. Ja. Sollen wir uns hochgraben? Wir graben uns hier hoch. Ähm. Ich möchte gerne in den Süden. Also hier hochgraben. So. Jo. Gut. Ähm. 40. Da müssen wir noch ungefähr nach 30 hoch. Okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe wir kommen irgendwo bei 60 raus. Und nicht bei den Berg. Auf dem Minimap sitzt leider nicht so aus. Aber ja. Wir haben ja Zeit. Das Let's Play ist jetzt sowieso nicht so das schnell durchspieler Let's Play. Das müssen wir lange spielen. Geniessen. Ja. Das Let's Play geht sehr lange. Ja. Die Space World ist leider noch nicht draussen. Dieser Backen. Okay. Ist nicht durchgepackt. Aber. Runter. Spickt. Ja. Die ist reinig auf. So. Also. Mit großem Gejammer und Gekröze. Ha. Kommt meine Katze manchmal rein wenn es regnet. So. Ah nein. Da. Hier. Gut. Was wir finden wollen ist ja ein Meserbiom und dafür ein bisschen im Wasser herumzucken, weil die meistens an der Kriste sind. Das wäre eine gute Idee. Hier unten hätten wir einen Sumpf. Okay. Ja jetzt sind wir hier. Gut. Also im Süden. Hallo. Okay. Irgendwie ist gerade der ist ja ein bisschen laggy. Keine Ahnung wieso. Sonst ist der M eigentlich durchgehend Akt. Also. Ohne Lex. Haben wir irgendwas überhaupt bekommen? Ja. Man hört manchmal die Drops schon. Äh. Die Aufnimm-Sounds gar nicht. Komisch. So. Hier hat es viele Hasen. Jetzt hören wir die mal. Die Kanikel. Die verbreiten sich wie die Kanikel. Weiß wie die Kanikel sind. Acrylzi. Uh. Ich hau lieber Absen ganz viele. So. Ah ja. Sumpf. Ähm. Jo. Ist jetzt nicht so unser Gebiet. Ähm. Was könnte es mal? So. Hier ist ein Beckenwald. Also dann gehen wir wieder hier aufs Schiff. Auf unseren Luxus-Dampfer. Da mache ich gleich mal. Crafting Bench. Dann sind wir auch wenn es Nacht wird auf dem Schiff und können, ja es werden von Gegnern nicht belästigt. Weil ich will mein Schwert auch nicht unbedingt für ein Monster alles ausgeben. Sonst haben wir dann weniger Diamanten plötzlich. Ähm. Ähm. Ich warte über Verhaltbarkeit. So. Hier unten ist schwarz. Ähm. Dunkeleichen-Biom. Ja. Ja. Das ist leider keine Pyramide hier. Dafür hat es fliegende Berge. Ja. Schon fast ein Berg. Ja. Ja. Setzt mich kurz zurück. Ja. Ja. Die Boote müssen die von Microsoft-Morong ähm noch ein bisschen bearbeiten, dass sie nicht lecken auf den Servern. So also ähm ja unser Ziel ist es jetzt bald den Traumhafen zu bauen und ähm ja an Lehm zu kommen, an Wohle zu kommen, an Eisen, für die Eisenblöcke zu kommen. Ja. Das ist jetzt unser Hauptziel eigentlich. Hier sind überall Geberge. Okay. Hier ist die Sackgasse. Oder geht es hier weiter? Ähm. Das ist zu gefährlich. Also sonst geht unser Boot noch kaputt. Ähm. Z. So. Ja. Es geht durch, aber wir gehen jetzt. Wir gehen nach Süden. Komm. So. Ja. Also momentan ist es auf dem Server richtig cool und richtig ähm. Okay. Wieso spinnt der Ding die Weitsicht ein bisschen. Ähm. Ja. Gute Kollegen hat man hier. Das ist richtig toll, dass ihr so kollegial hier auf dem Server seid. Ja. Dann. Dann gehe ich halt wieder an Land. Wenn hier ein Sackgas ist. Schau nochmal her. Aber hier hat es glaube ich auch keinen Durchgang gehabt. Hm. Ja. Also gehen wir hier durch den Dark Oak Forest. Dark Oak könnten wir auch ein bisschen. Hallo. Ah da drüben. Ich möchte gerne die mitnehmen. Können wir ein bisschen mitnehmen. Ah. Er brachte alle. So drüben. Also was wir jetzt hier auf dem Server eigentlich gerade momentan machen ist eigene Plugins. Weil die meisten Plugins sind verbarkt. Und dafür haben wir einen neuen. Der ist gar nicht online. Der heißt SkyDev. Hallo SkyDev. Dankeschön wenn du dir das anschaust das Video. Vor allem er ist richtig nett und wird uns die Plugins bauen. Und helfen. Ja. Die 1.8 Schwierigkeiten der Plugins zu umgehen. Indem wir eigene Plugins machen. Und momentan bauen wir sehr an der RVR-Welt. Da können wir dann auch mal ein. Kann ich auch ein Let's Play zeigen oder so. Und ähm. 4 ist schon cool. Und ähm. So 4 sollten es schon sein. Sogar noch mehr. Hm. Weil wir könnten schon genug. Also wir bauen sicher mit Dark Oak irgendwelche Sachen. Weil es mehr zur Zukunft passt. Jo. 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 So Dille. Ja da gehen wir hier Richtung Süden. Da drüben hat es wieder eine Ebene. Sehr schön. Jo. So. Kurz. Auch ein paar Setzlinge mitnehmen. 8 wäre optimal. 5. 6. Ah das ist hübsch. Sonst geben die manchmal nicht so viele Setzlinge. So. Wo? 7. Noch einen kommen. Ding brauchen wir nicht. Zuckerer. 7. 7. Gut. Also gehen wir weiter. Ja. Ich heiße immer kurz noch etwas, dass wir eine Übersetigung hat. Dass wir schneller, länger rennen können. Und dann, ich gehe immer oben durch. Weil unten immer Monster sind. Jo. Jetzt wird es Nacht, aber ist uns egal. Schön, dass es in den Biomen immer Pilze gibt. Ich habe gerne einfach so große Pilze. Ah, leider ist die Ebene nicht so gross, aber... Ah, jetzt Kühe sogar. Also. Wir müssen Kühe schlachten. Sondern Skelette schlachten wie Kühe. Haha. Also für die, die gerne auch Let's Plan oder so. Ich habe keine Dinge. Also ihr könnt mir fragen, wenn ihr mit mir aufnehmen wollt. Oder wenn ihr auf dem Server aufnehmen wollt. Dürft ihr das? Und... Ja, vielleicht gibt es eine große Community. Also es wird uns sicher immer mehr Spass machen, je mehr Leute hier am Dorf. Okay. Hier auf dem Server Let's Playen. Und vielleicht machen wir auch mal ein Projekt. Also wenn ihr gerne anfangen wollt oder schon macht und gerne mitmachen wollt. Dann dürft ihr gerne hier auf den Server kommen. Und... Ja. Können wir auch zusammen oder könnt ihr euch... Könnt alleine. Wenn ihr wollt. Ähm... Let's Playen. Und hier als Bücherregal. Sehr schön. So... Nehmen wir mal die Kiste. Okay. Eine Gold-Pferderüstung. Nett. Sehr nett. Und jetzt noch das Bücherregal da hinten. Also die Bücherregale. So. Ah, das ist doch schön, wenn wir so viele Bücher plötzlich haben. Und wenn wir noch mehr finden. Ist es noch besser. Also... So eine Bücherregal... Äh... Bücherei oder so möchte ich dann auch machen. Weil das schon ein bisschen passt zu... Ähm... Zukunft. So eine richtig moderne Bücherei. Ja. Ja. Die hat Schweine. Die brauchen wir nicht. Da drüben... Da ist ein Waldbiermeer. Hm. So. Gehen wir noch mal so ein bisschen nach Süden. Hier drüben hat es scheinbar nicht so viel, ne? Jo. Wollen wir wieder ein bisschen tuckern. Also, was wir brauchen ist dieses... Äh... Das... Das... Da bin ich hier recker. Äh... The Crafting Table. So. Ein Boot. Jo. Tuck, tuck. Tuckr, tuckr. Hulta, tuckr. So. Schauen wir mal, was es hier gibt. Was ich möchte ist dann wieder ein bisschen nach Norden. Aber zuerst nach Westen. Hier gibt es wieder Berge. Hm. Hier ist irgendwie die Wege, wo es da ist. Sind wir gerade auch ins falsche Bio... Also... Wärmezone gegangen. Und das Novo ist die Luft gesprengt worden. Hier. Ije. Okay. O Novo. Na. Tiefes Meer. Großes Meer. Mal schauen. Südwestlich gehen gehe ich jetzt mal. Okay, ja. Vielleicht finden wir bald was Cooles. Die Boote sollen noch ein bisschen schneller werden. Und ein Landfahrzeug wäre auch noch gut. Aber eben Minecraft wird wahrscheinlich immer mittelalter bleiben. Ja. Ah, hier eine Ebene. Sonnenblumenebene. Nein, keine Sonnenblumenebene. Das ist wahrscheinlich ein Blumenbiom. Okay. Haben wir hier irgendwas? Hm. Nö. Wir gehen jetzt mal südlich hin lang. So. Habe ich verloren. Habe ich verloren. Die neuen Levels sind so wahnsinnig schade um diese neuen Level. So. Gibt es hier nichts. Sieht so nackig aus. Hm. Okay. Ehm. Da unten gibt es noch was. Und das ist wahrscheinlich eine Extreme Hill. Extreme Hill. also lieber hier an der Küste entlang und hier gibt es Tintenfische wollen wir ein paar holen wollen wir ein paar nicht weiter tucken bleib jetzt hier so, ja toll pack noch ein bisschen herum weil die sind sehr selten hier auf dem Server also überall auf dem Server sind die sehr selten ja, wir können hier an Land und das Boot nicht mehr weil wir wollen ja etwas entdecken und nicht irgendwie mehr herumtuckern ist auch ein bisschen langweig nein komm schnell wieder hoch so, jetzt hoch nicht ertrinken wow, einschauen ja, okay mehr brauche ich jetzt gerade nicht vielleicht finden wir ja dann nochmal so, wir gehen hier direkt durch da ist er noch ein okay, dann können wir den hinterlassenen das Leben schenken und dem hier an die Gurgel so okay 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 so, hier ist auch eine Insel naja muss ich jetzt wirklich nochmal ein Boot craften hier ist ein Pferd könnte man das reiten aber wir haben keinen Sattel bei ja haben wir eigentlich einen Sattel schon gefunden ne, ich glaube nicht, oder? was ist hier? nichts naja also was wir jetzt missen ist hier ein Ding also ein anderes Biom finden nicht immer die gleichen voll arfig tja so viele Gebirge habe ich schon lange nicht mehr gefunden Gebirge ist immer das Biom wo ich hasse also wo ich einfach nicht mag weil sie so gebirg gebirgig sind und so und es halt auch scheisse ja schlechte Farbe ist weil es so dürr so sieht doch keine so sieht es doch in den Alpen nicht aus also bitte du kannst du Bettmacher und ähm Minecraft ja vom Original sieht es auch nicht so schön aus ja ich mag es eher nicht so weil Sparks so extrem an das Originale ist dass es dann immer die gleichen Farbe sind aber ja ist jetzt nicht so schlimm dafür ist cool dass jetzt hier wieder eine Ebene ist ich bin gerne auf Ebenen hier wahrscheinlich auch oder so ja jetzt wieder hier rüberspringen ähm schwimmen so was haben wir denn hier hm nichts außergewöhnliches eine Kuh haben wir hier sodel und und anland warum bewegst du dich nie ich denke ich denke er ist mit viel auf K und der Luke kommt online sehr schön also sehr schön ich kenne ihn noch nicht so viel erst relativ neu so wir brauchen viel also er ist ein ähm und obwohl ihm ähm übt heute das Sterben okay hier ist eine Savanne so 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 denn obwohl er äh der Floster ist der Chiller hier auf dem Serb natürlich als oberster aber er macht auch trotzdem viel ach komm schon schreib richtig so gut haben wir hier nichts da gehen wir in die Savanne rein eine Karte können wir auch mal mitnehmen jo wieso nicht so komm auch Karzenblätter weg die lasse ich an das sieht Äpfel hm rechte mir eigentlich nicht Diorit kann weg Granit kann weg Brot kann weg so noch einen komm aha da gibt es ja noch einen 2 3 reicht so also finden wir heute noch irgendwas hm ein Dorf haben wir bisher gefunden aber hier ist leider ein bisschen viel Wasser hier gibt es Sand Sand bräuchten wir momentan nicht ah hier ist eine Wüste ok ja schauen wir mal nach einem Wüstentempel wieso nicht ja dann verzögert sich halt das Baum gerade im nächsten Part dann hm was ist das graue das sind Steine wahrscheinlich ok hm Achtung Schlaglöcher ja jetzt Pferde ok ok eine Ebene scheinbar da auch nur eine so kleine Wüste Dschungel wieder ok wir finden Dschungel dritte Dschungel schon ähm ähm Dschungel 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 Gehen wir außen herum, nehmen hier noch ein bisschen Melonen mit. Jetzt durch den Dschungel warten und uns auch noch mehr Hunger erleiden. Ne, danke. Okay, ich esse jetzt mal die Äpfel, damit wir einen Slot mehr haben. Sind ja auch gut. Was, was? Okay. Lass dich die mal reden. Kür, gut. Okay. Sorry für den Wecker. Verpasst. Also, jo, dann ist der Part fertig und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Oder haben wir es nicht. Und jo, ich hoffe es hat euch gefallen. Tschüss. 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 Tschüss.